Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ich bin auch die einzige Runde drin. Ich bin schnell, glaube ich. Keine Ahnung, wo das ist. War noch nie drin. Das hattest du so, wenn das so wie Ecstasy oder Toxic wäre. Ecstasy im Glaser, ey. Ich bin echt so schnell. Aber pass auf. Boah, Alter. Die Qualisierung ist ja gar nicht so krass. Das ist schlecht, ey. Und danach machen wir runter. Edelweiß. Boah, ich hab auch nicht. Das kann man nicht so schön machen. Das ist ein bisschen steiler. Das ist ein bisschen steiler, glaube ich. Das ist ein bisschen steiler. Das ist ein bisschen steiler, glaube ich. Das ist ausgefahren. Ne, ich glaube auch noch nicht. Boah. Na ja. Boah. 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 Das ist ein weiteres Fahrrad. Und hier ist die Geschwindigkeit von nur 3 Minuten und dann ist die Fahrrad auf. Dann liegt es da gleich so kurz auf dem Boot. Ja, das geht gar nicht. Wir müssen noch lange hier. So eine stille Bahn, ey. Ich will noch Achterbahn fahren, naja. Hey! Wie dreht sich noch? Es dreht sich noch hoch um. Wie dreht sich noch hoch? Ja, das ist ein sehr. Ja? Ja? Danke, danke. Ach ja. Dann hast du noch gut raus! Mach die Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Oh! Es war alles, es war alles, was war! Juhu! 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 Mitmachen auf was schneller vorbei ist! Ja, genau! Juhu! 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 Punksong! Juhu! Ouauauaauau! Hattig mal aus! Juhu! Juhu! Oh! Dreck aus. Oh, weiß doch, okay. Juhu! Ja, das haben wir uns wieder aufgepackt, wir haben uns wieder.